Rabeldingen ist ein kleines Dorf mit 200 Einwohnern an einem kleinen Fluss der Rabeldingen. Dieser kleine Fluss ist aber auch nur ein Fluss in den Augen der Rabeldinger, denn eigentlich würde man es eher ein Bach nennen. Die Quelle ist auch unweit von Rabeldingen und dementsprechend gibt es alles was man mit einer Quelle so anfangen kann. Rabeldinger Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure wird in der örtlichen Manufaktur natürlich auch abgefüllt. An der Quelle selbst hat man schon vor vielen Dutzend Jahren einen kleinen Brunnen errichtet, mit einem Wasserspeierkopf aus Messing. Es soll einen Löwen darstellen, wie er auf dem Touristenschild nebendran steht. Allerdings merkt man schon, dass der Künstler oder die Künstlerin nicht besonders begabt war. Aber hey, es ist eben der Rabeldingener Brunnenlöwe und die Bewohner von Rabeldingen sind trotzdem stolz auf ihren Brunnen. Neben diesem Brunnen ist eine kleine Sitzbank, auf die die meiste Zeit des Tages auch die Sonne scheint und auf der man das Rascheln der naheliegenden Laubbäume wunderschön wahrnehmen kann, gemischt mit im Plätschern des kleinen Bruns. Hier kann man wirklich entspannen. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns wirklich verdient nach dieser Woche. Naja, eigentlich war die Worte Woche ja nicht härter als die anderen Wochen davor, aber ich finde, wir haben es uns trotzdem verdient. Kann man schon so sagen. Ich würde sagen, wir haben es uns jede Woche verdient, dass wir hier sitzen und die Woche ausklingen lassen. Ja, wir arbeiten schon hart. Immer hacken, hacken, hacken. Und das Holz wird auch nicht weicher. Es wird nicht weicher, sage ich jede Woche. Jede Woche. Da kannst du noch so viel an die Holzinnung schreiben. Es wird einfach nicht weicher. Keine Chance. Man muss es einfach hacken. Ein Knochenjob. Ein Knochenjob. Aber jemand muss ihn ja machen. Irgendwer muss es machen. Und wenn wir beide es sind, dann machen es immerhin die Besten. Ja. Ich würde es auch mit niemandem lieber machen als mit dir, Franka. Du bist wirklich eine tolle Kollegin. Ach Thorsten, ich weiß auch einfach, dass ich mich auf dich verlassen kann. Weißt du, ich habe mir schon so oft gedacht, Franka, vielleicht solltest du diesen Knochenjob einfach hinwerfen und irgendwas Entspanntes machen. Umsteigen in die Wasserapfüllmanufaktur. Was machen die den ganzen Tag, Thorsten? Wasserapfüll. Aber dann denke ich mir. Meine Rede. Dann denke ich mir. Ja. Aber würde Thorsten da arbeiten? Und die Antwort ist nein. Nein, liebe Liebe. Und dann denke ich mir, lieber Hartstuften mit Thorsten, als mir in der Wasserfabrik einen Lenz machen. Weißt du, weil... Ja. Wir sind schon ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team. Aber du bist wirklich... Ich meine, du bist dafür geboren. Du hast die drei entscheidenden Eigenschaften, die ein Holzfäller braucht. Du hast Stärke. Ich habe Stärke. Hast du. Ich habe. Du hast Entschlossenheit. Ich habe Entschlossenheit und das braucht man, wenn das Holz so hart ist. Genau. Aber du bist auch einfühlsam. Man muss das Holz verstehen, hat schon mein Opa gesagt. Wenn es zu früh ist, dann ist es zu früh. Dann ist es zu früh. Und wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Genau, das sage ich immer. Es ist unglaublich. Die richtige Zeit für jeden Baum kommt irgendwann. Irgendwann. Und es ist unser Job zu wissen. Unser Job zu spüren. Zu fühlen. Zu fühlen. Zu einzuatmen. Zu sein. Wir sind. Man, das nenne ich, weißt du, das meine ich nicht. Das ist Teamwork. Wir sind wirklich toll. Super. Also, weißt du was? Ich muss ehrlich sagen, als du dich vorgestellt hast für den Job, war ich skeptisch. Ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt, so, oh, das ist, ich sage immer, das ist ein harter Kanten Holz. Den muss ich klein kriegen. Ja, das hast du geschafft. Aber wie du da standest, ich meine, also, gut, Frauen gibt es nicht so viele in dem, aber in dem Business, aber dann bin ich, ey, offen bleiben und so. Naja. Ja. Aber ich meine, wie du da standest, du hattest so einen Pulli mit einem Baum drauf gestickt. Das, das hat meine Oma. Aber, ne, ich habe ja erzählt, Holzweller-Familie, meine Oma hat für jeden von uns. Ja. Und, 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 und weiß nicht, du warst so nervös. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das immer so bei ersten Malen, oder? Ich habe halt gedacht, weißt du, da steht halt so ein, ich habe mir gedacht, so, es ist so ein klassischer Holzfäller. Weil du hast ja sogar so ein rot kariertes Hemd an, wo ich dachte, so muss... Ja, ist vorgeschrieben, ne? Muss das so. Die Innung, halt. Und dann halt so ein Bär von einem Mann, der da vor mir steht mit seiner Axt. Und ich habe so gedacht, ich, ich habe mich ja davor schon bei vielen Stellen beworben. Ach ja? Ich bin, ich bin durch die Lande getourt und habe dann genau solche Typen getroffen, die dann so sagten, so, ja, aber als Frau hast du ja keine Schock. Und die wollten dich nicht. Die wollten mich alle nicht haben. Und deswegen habe ich dann gedacht, so, es kann, es kann jetzt nicht schon wieder scheitern, ja? Was, was würde mein Opa sagen, wenn ich, ne, wenn seine Enkeltochter... Und deswegen, ich habe, und ich hatte mir davor gedacht, dieses eine Mal versuche ich es noch. Ich versuche es noch einmal und wenn es nicht klappt, mein Gott, dann Mineralwasser. Aber... Tja. Tja, aber du bist halt... Aber dein Großvater war dagegen, oder wie? Nein, mein Opa hat gesagt, ne, also... Mein Opa hat damals gesagt, ja, wenn meine Enkeltochter nicht auch Baumfellerin wird, dann hätte ich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Für ihn war das auch so, das Lebensziel, ne? Naja, aber, Geschichten, ne? Naja, und dann warst du da und ich habe zuerst, deswegen war ich so nervös, gedacht, so, ich kenne das doch und jetzt, dann stellt sich raus, du bist ein total entspannter Typ, ja? Weißt du was, ich habe sogar was mitgebracht. Oh? Hier, für uns, zum Schlemmen, eine Brotdose für dich. Ach, warum? Und eine Brotdose für mich. Ach, du bist der beste Chef, auch wenn ich, es ist gar nicht so, ne, Chef und, ne, es ist, wir sind irgendwie ein Team. Ein Team. Danke dir. Lass dir schmecken. Und während Thorsten und Franka ihren Feierabend genießen, geht es an einer anderen Stelle, an einer anderen Quelle für das Rangeldinger Mineralwasser heiß her, denn die Leute haben Feierabend und kaufen noch ein letztes Mal ein und, was darf natürlich nicht vergessen werden, das Pfand muss zurückgebracht werden. Und genau an dieser Stelle, wo all diese Kästen in das Rangeldinger Lager wieder hineinflitzen, all diese grünen Kästen mit den sechs Einliter Glasflaschen und den goldenen Deckelchen, unzählige davon stapeln sich in dem dafür eigentlich zu klein wirkenden Raum, in dem sich noch zwei weitere Personen reindrängen. Oh, da fehlt schon wieder eine. Oh, Menschenskinder, stimmt wieder die Bürgermeisterin, die eine hat fallen lassen. Fuh, so, und ab ins Lager damit. Heinz, wie sieht's bei dir aus? Du, ich weiß nicht. Ach, mach nicht wieder so ein Gesicht. Ist gleich Feierabend. Ja. Heinz? Und morgen geht's weiter. Ja, Frühschicht morgen. Du und ich. Ja, Steff, ich weiß. Sorry, ich hab gerade ein bisschen den moralischen. Hast du dich nicht mal gefragt, ob es irgendwie mehr gibt, als Pfandflaschen zu sortieren? Ja, natürlich. Den Messinglöwen küssen, das bringt Glück. Weißt du, das hab ich immer an dir bewundert, Stefan. Du bist einfach... Du bist einfach zufrieden. Hä? Wie meinst du das jetzt? Ja, natürlich, Heinz. Ja, ich mein, dein, dein, dein Vater hat hier vor, hat die Abfüllanlage hier übernommen von seinem Vater. Ja. Und der von seinem, und der von seinem Vater. Ja. Und dessen Vater hat den ersten Brunnen gegraben. Ja. 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 Und du stehst jetzt da und als Erbe dieser Familie und zählst Pfandflaschen. Natürlich. Voll okay für dich. Hä, bist du, bist du etwa gegen Recycling? Wir müssen doch hier, äh, unsere Umwelt achten. Ich find's gut, dass der Rabeldinger Wasserkasten im guten Mehrweg ist. Hier die Kunststoffblörre, das schmeckt doch nicht. Kannst, kannst du probieren. Fährst du zum Aldi oder Lidl und holst dir so ein, so ein Sechser-Träger Kunststoffwasser. Heinz, das, näh. Schön. Hier und schau auf den Deckelchen, unser guter Löwe. Ja, 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 ich glaub, du hast recht. Es ist einfach nur... Es ist ein Stück Heimat. Ja, 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 es ist Heimat. Also jeden Freitag die gleiche Leier. Ja, gegen Ende der Woche bist du immer so unzufrieden. Sag mal, Stefan, ist dir nicht aufgefallen, dass wir schon echt lang keine Gehaltserhöhung mehr bekommen haben, zum Beispiel? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Und ist dir vielleicht auch nicht aufgefallen, dass es immer weniger Kästen werden? Ja, doch. Die letzten Wochen sind wir immer früher nach Hause gekommen, Freitagabends. Ja. War doch gut. Ja. Ist das schlecht? Naja, wir werden pro Kasten bezahlt, also... Naja, ich werde eigentlich streng genommen gar nicht bezahlt. Wie, du wirst nicht bezahlen? Naja, ich übernehme doch den Laden. Also eigentlich... Mein Papa zahlt doch nicht... In seiner eigenen Tasche würde er dann bezahlen, oder nicht? Hm, macht auch wieder Sinn. Ich habe einfach irgendwie nur das Gefühl, das Rageldinger Wasser ist einfach nicht... Nicht mehr so beliebt... Nicht mehr so beliebt... Nicht mehr so beliebt... Wie früher. Ich muss mich erst mal setzen. Geht's dir gut, Stefan? Aber was soll ich denn sonst machen? Weißt du, ich... Ich... Ich habe mir überlegt... Ähm... Ich hätte eigentlich mal Lust... Nicht immer nur hier am... Am Ende zu stehen von dieser... Von diesem Prozess. Verstehst du, was ich meine? Du möchtest zur Quelle? Metaphorisch gesprochen, ja. Weißt du, warum... Warum trinken nur wir Rageldinger unser Wasser? Warum nicht... Auch die drüben aus... Biberding... Oder Schlonsbach? Schlonsbach... Boah, Schlonsbacher Wasser kannst du echt nicht trinken. Nein, das kannst du nicht trinken. Aber die trinken uns das auch nicht. Und ich frage mich, warum? Weil wir... Das... Kein Marketing haben. Aber das bewundere ich so an dir. Schon früh in der Schule. Du hast immer Visionen gehabt. Ja, und jetzt... Verstehe mich nicht falsch, aber... Ich habe einfach keine Lust mehr, hier die... Hier die Pfandflaschen zu zählen. Die immer weniger werden. Ich will... Ich will das Rageldinger Wasser in die Welt hinaustragen. Verstehst du? Ja. Ich glaube, ich verstehe dich. Und was willst du, Stefan? Das weiß ich nicht. Ich... Bis vor fünf Minuten war ich noch voll zufrieden und habe mich auf meine Couch gefreut. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass... Dass die Abfüllanlage nicht mehr genug Ertrag abwirft. Hm. Und so grübelten die beiden noch eine kurze Weile und verstauten noch die paar Kästen, die da noch hinterher kommen sollten. Den kleinen Stau hatten sie schnell aufgearbeitet. Und auch dann war für die beiden Feierabend. Und weil wir schon beim Arbeiten sind, für eine weitere Person ist der Feierabend der anderen noch der Beginn einer Hochzeit. Denn, ungewöhnlich spät in Rageldingen, gibt es einen Leuten, das viele von uns mit einem Eiswagen verbinden, aber niemand isst um 10 Uhr nachts Eis. Nein, worauf hat man um 10 Uhr nachts Lust? Na klar. Brathähnchen. Um 10 Uhr nachts trifft sich, wer noch nicht schläft. Beim Brathähnchen stand auf den Marktplatz von Rageldingen, der sich mit einem Ding ankündigt. Ach, lecker. Guten Appetit, Thorsten. So gut. Stefan, nach einem harten Arbeitstag noch ein Brathähnchen zu verdrücken. Ja, lecker. Wenn du fertig bist, hoffe ich, dass für mich auch noch eins übrig bleibt. Sieben Knochen liegen da vor dir rum. Ja. Ich verbrenne ja auch ordentlich Kalorien, ne? Nicht so wie du, immer nur eine Flasche anheben. Kastenstellenflasche anheben. Muss man was machen, was Muckis gibt. Aua, du bachst nicht so fest, ey. Wie läuft es mit der neuen? Du hast eine neue eingestellt, ne? Na, die ist doch nicht mehr neu, Mensch. Die ist doch schon ein Dreivierteljahr jetzt. Du bist ja gar nicht auf dem Laufenden. Nö. Also, so neu ist sie nicht mehr. Die hat sofort in den Job gefunden, ne? Du, das ist, äh... Ja. Schon nach einer Woche kam die mir vertraut vor, als würde ich mich ein ganzes Leben lang kennen da unten. Ach, schön. Ja, genau. Ja. Ja, und bei dir? Gut, 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 gut. Gut oder gut, gut? Ja, du kennst doch Heinz. Heinz hat wieder angefangen, so zu denken und hat da nicht aufgehört und hat gegrübelt. Ja, aber irgendwie, also ich mag das an ihm. Also ich hab das Gefühl, ja, ich frag mich immer, da steckt irgendwie so viel mehr in diesem Kopf, finde ich. Du weißt ja nur die Hälfte. Wieso? Was weiß ich denn nicht? Der liest Philosophen. Na, das passt zu ihm. Ja. Tiefgründig. Wenn er diesen blauen Overall auszieht, dann ist das ein richtig schmucker Kerl, du. Tiefgründig. Was ich schon wirklich spreche mit dem Mann. Bist du über, bist du blatt, was der alles weiß. Ja, was war das eben, wenn er seinen Overall auszieht, dann? Na, der hat doch, wir alle haben doch diese blauen Overalls beim Mineralwasser abfüllen. Ja, ja, ja. Mit, mit den Knöpfen mit dem Löwen drauf. Genau. Der Löwe ist so cool. Ja, klar. Also wer den entworfen hat, also egal. Naja, und. Ja, dein Ururgussvater war das doch, oder? Ja, 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 ja. Der die Quelle gebaut hat. Ja, ja, klar. Das weiß jedes Kind, die Geschichte. Rabeldingen strahlte damals. Das waren, das waren echt noch Zeiten und mittlerweile die Schlonsbacher lachen über uns. Hast du das gewusst? Ach, Schlonsbacher. Ja, da gibt's doch nichts drauf. Also die einzige Schlonsbacherin, die, die wirklich was auf dem Kasten hat, die du wirklich verlassen kannst, ist meine Franka, meine Kollegin. Echt? Franka kommt bei Schlonsbacher? Echt? Echt? Da war ja auch so ein Grund, warum ich am Anfang skeptisch war. Aber das hat sie so fortgelegt. Krass. Echt? Ja, im Herzen ist die, ist die eine von uns. Die trinkt jetzt Radldinger Mineralwasser. Ja klar, wir alle trinken das. Krass. Krass. Ein Hund für Stefan, mit oder ohne Schlons? Äh, ja, mit Schlons, bitte. Mit Schlons. Cool. Was heißt das genau, Schlons? Naja, mit Getränk. Ja, aber Mineralwasser, oder? Mat, weiß ich, was da drin ist. Moment mal, ich dachte, du meinst Kohlensäure mit Schlons, aber du hast doch nicht ernsthaft hier, äh, dieses, äh, Schlons? Das Abwasser hier von, von, was ist denn da los? Mat, weiß ich, ich fahre hier über die Dörfer. Zeig mal her, das Zeug. Schlonsquelle, naturell. Das ist ja widerlich. Tafelwasser. Das ist auch eine Übertreibung. Sag mal, wie, warum hast du denn den Kram? Mat, weiß ich, kaufst du es jetzt? Aufgemacht hast du es eh schon. Zwei Euro. Ja, pff. Von mir aus. Lehrgeld. Thorsten, siehst du? Früher hatte der immer Radldinger. Das ist eigentlich ein Unding. Da muss man doch echt mal was machen. Sag mal, das ist doch deine Verantwortung eigentlich. Du bist doch quasi der Kronprinz. Von Rabelding. Was soll ich denn machen? Naja, übernimm Verantwortung. Mach halt mal was. Soll ich Wasser exportieren? Das ist doch jetzt gar nicht wichtig. Mensch, wenn wir am Baum dran sind, dann fragen wir dich, was sollen wir denn machen? Dann wissen wir, es ist Zeit für Action. Und dann muss man was tun. Und zögern, zögern ist einfach nicht drin. Sondern hast du gleich verloren. Zeig mal, dass du eine Führungskraft bist. Und ich weiß nicht, lass dir halt was einfallen. Menschenskinder, jetzt hatte ich heute Morgen so gute Laune. Wird ja immer beschissener der Tag. Und der Tag geht vorbei. Und jetzt hat tatsächlich auch die letzte Person Feierabend. Alle im Dorf gehen ins Bett. Und am nächsten Tag ist es Zeit zum Joggen. Und so ziemlich jede Joggingroute führt natürlich auch an der Quelle vorbei. Um eine kurze Pause einzulegen. Und damit man eben kein Wasser mitnehmen muss für das beschwerliche Joggerlebnis, kann man sich dort die dürstende Kehle benessen. Und mit dem Radeldinger Wasser benetzen. Danke. Du bist echt ein Menschenschinder. Wenn die fünf Kilo runter sollen, dann müssen wir ein bisschen Tempo machen, Heinz. Oh, ich verstehe. Komm nicht mit deinem hier ein bisschen schlendern. Ich liebe es ja, ich liebe es ja, dass du diesen Schweinehund in mir prügst. Ja, klar. Aber wie kann man... Also, du bist schon so fit. Ich meine, du bist breiter... Also, du bist wirklich... Du hast super Muckis. Ja, ich sag dir, das Holz macht es dir nicht leicht. Da musst du schon ein bisschen was gegenhalten können. Ja, nee, aber ich komme einfach nicht zu Sport im Alltag. Ich meine, du Flasche... Ja, Flasche mir, Flasche mir. Ach, du... Sag mal, Franka, kann ich mal ehrlich mit dir sein? Kann ich mal... Wie ist denn? Ich bin ja manchmal ein bisschen hart verkopft. Also, richtig hart verkopft. Und du bist ja immer so... Ja, für dich ist ja jedes Problem ein Baum. Ein Baum. Und... Jede Lösung eine Axt. Die Lösung ist halt die Axt, ja. Und ich... Ich stehe jetzt gerade auch vor einem Baum. Mhm. Aber ich habe keine Axt. Das ist krass. Was ist meine? Es ist metaphorisch, Franka. Ach so, also nicht in echt. Ich glaube nicht, dass ich meine... Weil sonst könnte ich ihn auch einfach wählen. Das wäre vielleicht schneller. Nein, mir geht es um Stefan. Also... Mit der Axt? Nein! Nicht mit der... Auch eine metaphorische Axt. Okay, ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Also... Der Stefan ist ja so ein grundguter Mensch. Ja. Ist so ein grundguter Mensch. Und ich habe jetzt neulich erfahren, dass sein Vater ihn gar nicht bezahlt. Was ja auch voll okay ist, weil er auch irgendwie das ganze Ding so erbt. Mhm. Ja? Kriegt quasi so einen ganzen Lohn auf einmal. Ja? Am Ende? Ja, ist ja der... Der... Quasi der Kronprinz. Ja, Kronprinz von Rabelding. Ja, von Rabelding. Rabelding Royals und so. Ja. Und... Ja, das Ding ist einfach... Ich merke halt gerade einfach... Er denkt halt irgendwie, es geht immer so weiter, wie es bisher weitergegangen ist. Ja. Verstehst du? Mhm. Und... Es darfst ja eigentlich niemand sagen, aber ich merke halt gerade echt, also ich glaube, er merkt es noch nicht so, aber ich merke einfach, wie der Absatz runtergeht gerade. Ja, das ist mitge... Der... Beim... Beim Hühnchen. Die verkaufen den Schlotzbacher. Die verkaufen den Schlotzbacher. Also ich komme ja von da, aber den Scheiß kannst du ja echt nicht trinken. Nee, wirst du... Ich weiß auch nicht, wie du es aus dem Kindesalter geschafft hast mit der... Glück. Und eine gute Statur. Ich meine, deswegen sind die ganzen Schlotzbacher ja... Ne? Also ansonsten bist du da sofort... Ja. Stimmt eigentlich, ja. Ja, aber das Ding ist, es darfst du aber keinem sagen, ja? Manchmal finde ich in unserem Pfand, finde ich Schlotzbacher Flaschen. Und ich sortiere die aus, weil ich... Ich habe das Gefühl, dann bricht dem Stefan das Herz. Und ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll, aber der muss was machen, sonst erbt der in zehn Jahren eine Abfüllanlage, die noch irgendwie fünf Flaschen abfüllt. Und er ist ja so ein guter, er ist so ein guter Mensch. Also ich war so damals in der Schule, hey, die Kinder haben mich immer... Ja, die Schlotzbacher, die haben mich immer verprügelt. Ja. Ja, weil ich lesen konnte. Das können sie. Das können sie nicht lesen. Ja, das stimmt. Und der Stefan war da so der Einzige, der dann auch mal gesagt hat, ich klatsch dich. Also zu dem Schlotzbacher. Das wäre ziemlich... Nee, also der ist damals für mich eingestanden und jetzt irgendwie... Ja, egal. Sollen wir jetzt mit der Axt nach Schlotzbach? Oder zu drastisch? Vielleicht. Du... Du... Alle Schlotzbacher auf einmal? Na, das finde ich doch... Da hätte ich jetzt kein Problem mit. Du, aber... Also... Ich weiß nicht. Mir fällt... Aber pass mal auf, du bist doch der... schon der klügste Mensch, den ich hier kenne. Ich habe auch so ein bisschen... Naja, ich habe ein Abi gemacht. Das ist ziemlich krass. Also ich kenne sonst niemanden. Aber... Ich habe auch so ein bisschen ein Problem gerade. Mhm. Und zwar... Ich habe gestern Anruf bekommen aus Schlotzbach. Nach Feierabend noch. Mhm. Und der... Wie kommst du so weit runter eigentlich? Ja, du... Das ist Training, Training. Krass. Und der... Der Oberholzfällermeister da. Ah, in Schlotzbach ist ja die Oberholzfällermeisterei. Stimmt, ja. Der hat mich angerufen und gefragt, ob ich nicht doch zu denen wechseln will. Weil das war der, es war der, der gesagt hat, so, nee, Frauen wollen wir nicht. Und jetzt haben die da aber so... Die machen gerade ja... In Schlotzbach, die machen ja gerade hier voll auf Werbung und sich vermarkten und was auch immer. Ich muss sagen, seit die den neuen OB haben... Der neue OB, der macht das alles. Also ich habe auch gehört, der hat sogar studiert, gell? Krass. Ich weiß nicht, wie der gewählt wurde. Aber pass auf. Und die haben jetzt irgendwie sowas von... Wie heißt es? Die Dings, die wäre... Die... Dings, dass man mehr Frauen haben will. Ach! Eine Quote! Eine Quote! Und dann haben die gemeint, wir bräuchten noch eine Frau und die haben ja einen Sack voll Geld angeboten. Und jetzt denke ich halt so... Ah, ne? Muss man halt nach Schlotzbach muss man wieder die Plörre trinken, aber... Also mit dem Geld könnte ich halt auch... Weißt du... äh... Hier, Rabelsdinger. Einfach... Da könnte ich jede Woche, jeden Tag könnte ich nach Rabeldingen fahren und mir da einen Kasten Wasser holen. Von dem Geld, was die mir geboten haben. Weißt du, dann auch so richtig groß aufgezogen haben die das mit... Ne? Dann machen sie noch ein Plakat und ich mit einer Axt und was nicht alles. Es wäre... Ach, mit dir als Covergirl? Ja, ja, so. Weil die dann sagen können, hier Schlotzbach Zentrum der Inklusion... Inklusion. Inklusion. Ja. Und so... Ja, krass. Und jetzt... Pfff... Weiß ich nicht. Ja, hast du da... Hast du da schon mal mit... Hä? Thorsten? Drüber geredet? Ne, das war gestern. Ah, hier drüben. Hallo, seid ihr auch schon mit der Higs? Scheuch mal wieder unseren Kaff hier über Feld und Stein. Ah, Moment, ich lege mal die Hax beiseite. Was? Ah, aber du... Ihr Zogger, wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, Können wir jetzt spenden. Aber ich hatte auch so das Gefühl, mal so richtig mich abreagieren zu müssen. Darum bin ich extra zu einer Frühschicht und habe nochmal ein bisschen hier Holzklein gehackt. Ihr seid einfach zu krass. Weil ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll, emotional nach den Nachrichten. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ihr habt ja nicht gehört. Was denn? Ja, heute Morgen... Ja, Stefans Vater ist... Ja, der ist verstorben. Also er ist aus dem Fenster gefallen. Nee, der alte Wasserkopf. Natürlich, der Chef... Der Chef von... vom Mineralwasser... Scheiße. Firma ist... Plötzlich... Alter... Ich bin total fertig, Leute. Ey, nehmt sie nicht böse, aber ich muss echt zum Stefan. Ich... Ja, mach das. Ich geh dann jetzt mal. Ja, das ist gut. Mach das mal. 73. 73.000... In den Miesen. Ja, dass er dem Heinz überhaupt noch was zahlen konnte. 700 Liter pro Sekunde. Das ist die Kapazität von unserer Abfüllanlage. 700.000 pro Sekunde. Das... Das kann nicht mal Heinz berechnen, wie viel das am Tag wären. So viel Kapazität... hat die Anlage. Und was füllen wir ab? Auf jeden Fall weniger. Der hat sich verkalkuliert, aber total. Man müsste ja ganz... ganz... Baden-Württemberg und vielleicht sogar noch Hessen damit beliefern, damit sich das überhaupt rentiert. Und der hat einfach... Krüstwahnsinnig. Der hat vergessen, den Löwenkopf zu küssen. Wer den Löwenkopf küsst, bleibt bescheiden und am Boden. Und dann muss er nicht aus dem Fenster springen. Ich hab das jetzt so verstanden, wenn ich die Abfüllanlage verkaufe, an diesen Schlonsbacher. Dann könnte ich mein Abitur nachmachen und einen anderen Job annehmen. So steht's da in diesem Brief, dass ich eigentlich nur so aus dem Kopf kommen will. Kopf aus der Schlinge kommen, weil sonst... Ich soll haften für die Schulden, die mein Vater gemacht hat. Natürlich, aber... Steht hier, ich hab 17 Jahre lang gearbeitet, das heißt, keine Miete gezahlt, das heißt, die gehen davon aus, dass ich so viel Geld hätte. Aber ich hab ja kein Geld, mein Papa hat mir ja nichts gezahlt. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Mensch, Stefan. Tost, was machst du denn hier? Hey, wir sind sofort gekommen, als wir es gesagt haben. wie? Ja, tut mir leid, Heinz. Morgen brauchst eigentlich gar nicht heute zur Arbeit kommen. Wie? Na, die Anlage ist zu? Wie zu? Zu? Die war noch nie zu. Doch, bis der Schlonsbacher Schnösel, der sie kauft. Warte, was? Stefan, jetzt nochmal drei Schritte zurück. Was? Wenn ich drei Schritte... Na, okay. Ja, es geht nicht. Also, wir sind hoffnungslos... Also, ich fasse es mal kurz. Die Kurzfassung, wir sind hoffnungslos verschuldet. Zeig mal den Brief, ja, komm. Da, steh. Pfändung... 70.000? Pro Sekunde. Stefan, du Schande. Das ist doch jetzt gar nicht... Du musst doch total durch den Wind sein. Mensch, komm mal her. Also, nicht so fest drücken. Aua. Komm. Du verziehst ja keine Mini. Lass es mal raus. Du musst doch total aufgewühlt sein. Ja, das ist scheiße, Mann. Aber du darfst nicht so fest drücken. Hör auf zu drücken. okay, okay, ich drück nicht. Ich drück nicht. Danke. Aber... Kannst du mich nochmal drücken? Ja, klar. Ich brauche gerade. Ich muss mich irgendwo festhalten. Ja, komm, halt. so, so mittelfest. Das ist gut. Sehr gut. Ich dachte, ich bin Wasserabfüller mein Leben lang und wollte Wasser abfüllen. Und ich hab doch jeden Tag den Messinglöwen geküsst. Bin extra morgens da hochgelaufen zu der Quelle. Mein Papa hat das halt nicht mehr gemacht. Und dann ist der Kredit nicht bedienen. Stefan, eins nach dem nächsten. Dein Vater hat dich geliebt. Das weißt du, oder? Ja, natürlich hat er... Sag... Hä? Natürlich hat er mich geliebt. Sag doch sowas. Ja, und alles andere, das lässt sich ja klären. Gemeinsam. Das musst du jetzt nicht alles auf einmal. Sorry, ich hab dich gestern noch den Kronprinzen von Abelding genannt und und dir voll Druck aus dich geübt, dass alles auf deinen Schultern lastet und jetzt natürlich drehst du am Rad, natürlich drehst du durch und alles, das muss alles total überwältigend sein. Und natürlich rennst du sofort und checkst die Bücher und all das. Das würde jeder machen, der unter so einem Druck steht, aber du musst dir auch einfach ein bisschen Raum geben. du kannst dich nicht so fertig machen. Schritt für Schritt mit deinen Freunden lässt sich das schon lösen. Hm? Naja, bis Ende der Woche muss halt die erste Rate von dem Kredit getilgt sein, sonst... Willst du denn die Firma verkaufen? Natürlich nicht! Ich will... Stefan, du kannst sie auch gar nicht verkaufen. Doch, sie gehört... Also... Schau mal, schau mal, wer das Angebot gemacht hat. Wer hat das Angebot gemacht? Stefan Kopp aus Schlonsbach. Der? Der? Der Kopp, der uns als Kinder immer... Dieser blasierte Affe? Ja, der bekommt... der bekommt die Abfüllanlage. Nein! Nicht so lange ich lebe, nee! Ja, aber Leute, wenn wir den Kredit nicht bedienen können! Okay, Stefan, ich weiß nicht wie, aber... wir retten die Abfüllanlage und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Und auch dieser Tag neigt sich den Abend zu und Heinz liegt in seinem Bett und kann nicht einschlafen und verschiedene Gesprächsfetzen des Tages kommen in seinen Kopf und schließlich schläft er doch ein und in seinem Traum machen seine Freunde komische Dinge. Du hast doch Abitur! Mach doch was! Flasche! Wir gehen da einfach hin mit der Axt! Flasche! Abitur! 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 Flasche! Und dann hauen wir ganz Flansbach-Klein! Ich hau dir die Flasche auf den Kopf! Was sagst du jetzt? Der Bürgermeister hat sogar studiert und du hast nur Abitur! Flansbach! Mit oder ohne Schlons! Mit oder ohne Schlons! Mit oder ohne Schlons! Mit oder ohne Schlons! Sokrates sagte du bist was du isst doch du findst was du trinkst! Nein, nein, nein! Oder doch? Es war circa drei Uhr nachts. Als Heinz sich doch seine Klamotten anzog. In seine Garage ging. Und die Axt von der Wand nahm. Sich in sein Auto setzte. Und Richtung Schlonsbach fuhr. Er wusste genau, wo der Übeltäter wohnte. Er schlich in den Garten. Er schlich in den Garten. Da ging die Tür ins Haus noch ein zweites Mal auf. Nach dem ersten Schreck erkannte er eine starke Silhouette ebenfalls mit einer Axt. Was? Es sieht danach aus, als würdest du entweder deine Axt in Schlonsbach spazieren tragen oder du willst was verdammt unvernünftiges. Heinz, Torsten, was macht ihr denn hier? Frank, Frank, was machst du denn hier? Ja, das war doch mal die Idee. Wir gehen einfach mit der... Achso, ich hab doch gedacht... Aber ich hab gedacht, du machst einen Witz! Ja, wenn das Problem ein Baum ist, dann ist die Lösung eine Axt. Die Axt ist immer eine Lösung. Die Axt ist immer eine Lösung. Die Axt ist... Also, so ein bisschen einschüchtern, das ist auch, was ihr wollt, oder? Äh, ja klar, natürlich. Ja, eher nicht? Ja, doch. Ja. Franka. Ja. Ich meine, ich vertraue dir blind, das ist doch... Ja, ja, ja. Das ist super, wir haben alle drei die gleiche Idee. Und wir sind zu dritt ja noch viel unheimlicher und einschüchternder. Zu... Ich denke aber, vielleicht sollte Heinz es machen. Stefan ist dein bester Kumpel, ich meine... Aber, aber... Es muss dir doch ganz am Herzen liegen. Ich bin doch alles so breit wie du, Thorsten. Du bist viel bedrohlicher, wenn du so in der Tür stehst und so... Du musst sterben! Aber, Heinz, du bist doch viel klüger. Aber das heißt nicht, dass ich bedrohlicher bin. Ich bin schon manchmal unheimlich, wie klug du bist. Also, pass auf. Ich schlage vor... Du machst es und ich stehe direkt hinter dir und verleihe dir so extra Bedrohlichkeit. Okay. Und direkt hinter mir steht Franka. Und verleihe uns beiden doppelte Bedrohlichkeit. Genau. Cool, das machen wir. Okay. Okay. Soll ich noch irgendwas krasses sagen? Sowas wie... Genug mit dem Schlontz oder... Das ist super, genau. Oder ausgeschlontzt. Nee, das davor war gut. Ja, genau. Also, die Kleine hat schon so gut wie unterschrieben. Ja, sie wird das Postergirl für Schlontzbach. Ach, wie sie heißt, mit Vornamen? Du, keiner. Irgendwas mit F. Ach, schreib... Schreib, Frauke. Das passt dann schon, ja. Ja. Ja, die Apfel... Ja, nächste Woche. Genau. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Aber der Alte hat so schnell Selbstmord. Nein, 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 nein. Das war... Das war Selbstmord. Das war definitiv Selbstmord. Genau. Und ja, der Junge kann die Rate anscheinend nicht decken. Ich hätte ja gedacht, er hätte was Erspartes. Aber gut, dann geht's jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Ja, Schlontz expandiert wie gewünscht, Herr Bürgermeister. Ja. Ja, natürlich. Ja, Schlontz... Das war ein richtig guter Marketing-Gag. Genau. Ja, da würde ich aber auch einen Teil der Lob werden an Sie zurückgeben. Ja, ich habe ja nur das unternehmerische Geschick geleitet. Sie hatten die Verbindungen. Genau. Ja, das Vertriebsnetz läuft soweit. Sobald wir die Abfüllanlage haben, können wir eigentlich sofort exportieren. Ja, der Messinglöwe muss natürlich weg. So, wie der jetzt montiert ist, kommt er nicht genug. Ja, meine Sachbearbeiter haben das schon gecheckt. Kommt nicht genug Druck durch die Quelle. Ja, Dankeschön. Ja, dann mache ich das dann morgen. Warten Sie. Ich höre da irgendwas. Ich bin gleich wieder da. Das war die Aufzeichnung des letzten Telefonats, das Stefan der Arsch aus Schlonsbach von sich gegeben hat. Die anderen drei hatten das Telefonat natürlich an der Tür belauscht, was er nicht wissen konnte. Und waren entsprechend in Rage geraten. Und aus dem Erschrecken wurde etwas mehr. Aber sehen wir selbst, was die drei Taten, nachdem sie ihre Tat vollbracht hatten. Okay, sind wir uns einig, dass wir niemals darüber reden, was gerade passiert ist? Wir sind uns einig, dass wir nie hier waren, dass wir nie hier waren und ein Mann in Stücke gehackt haben. Kannst du das bitte nie wieder sagen? Was denn? Sag es einmal nicht. Ich will dir einfach diese Worte aus deinem Mund nicht mehr hören. Hast du mich verstanden? Okay, okay, Torsten, wie ruhig dich du nicht... Knie jetzt hier vor dem Brunnen nieder und küss den Löwen und schwöre, dass du das nie wieder sagen wirst. Okay, okay. Alle beide. Ich schwöre, wir werden nie wieder darüber reden, was hier passiert ist. Okay, ich auch. Franka? Ich schwöre, ich werde nie wieder darüber reden, dass wir ein Mann in Stücke, dass wir... Was ist, bist du dir sicher, dass ihn niemand da findet, wo wir ihn verpuddelt haben? Unter der Abfüllanlage. Wer soll denn da... Das Ding ist tonnenschwer. Wer sollte denn da nachschauen? Was mache ich mit der Axt? Die Axt, die muss weg, das ist eine Tatwaffe. Das ist, ähm... Die muss... Ohne Tatwaffe gibt es nämlich keinen Mord. Gibt keinen Mord, dann ist auch niemand geschockt. Ist ja auch unter der Abfüllanlage. Ja, aber ist auch zu blöd, dass du, ausgerechnet deinen Namen hast, eingravieren lassen in den Griff. Das ist ein Erbstück. Wir verbrennen die Axt einfach. Wir verbrennen einfach die Axt. Und die anderen Äxte auch. Und nehmen neue Äxte. Und der Keil? Der... Einschmelzen. Einschmelzen. Einschmelzen kann man es nur... Der einzige Brennofen ist der von der Recycling-Glasanlage, von der Abfüllanlage. Die Recyclinganlage. Genau, wo die Flaschen neu eingeschmolzen werden. Klar. Wir liefern einfach das Brennholz, wie immer. Und dann... Schwaps. Zu dumm, dass heute Sonntag ist. Können wir noch, können wir noch machen, können wir noch machen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt... Das machen wir noch. Das machen wir noch. Sonderabfüllung. 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 Leute, wir brauchen... Weil... Wegen der... Wegen der Beerdigung. Genau. Super, super, super. Und Leute, wir brauchen noch, wir brauchen noch Alibi. Wir brauchen Alibi. Wenn uns irgendjemand fragt, wo wir waren... Wir haben die Beerdigung vorbereitet. Bei Stefan. Bei Stefan. Echt? Erinnere ich mich gar nicht dran, aber klar. Dann machen wir doch... Stefan, wie lange ist es denn? Ja, wir... Da schon. Ja, dann... Auf jeden Fall. Ihr habt recht. Sonderabfüllung. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir eine Sonderabfüllung machen müssen für die... Danke, Heinz, dass du mich daran erinnerst. Klar, wir brauchen eine Sonderabfüllung. Oh, ich hatte so viel zu erledigen wegen des... Das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Wegkümmern wir uns da rum. Wir wollen dir um die Arme greifen. Wir können doch... Wir sind doch für dich da. Franka, gut, dass du an das Brennhaus gedacht hast. Links um die Ecke kannst du direkt anfangen und alles da einfüllen. Okay. Und? Und? Oh, Thorsten, Heinz, so gut, dass ich so Freunde habe wie euch. Ich hätte das mit der Sonderabfüllung völlig vergessen. Du hast den Geist. Du kannst mich voll auf uns verlassen. Wie... Ich habe mich immer gefragt, also... Wie funktioniert diese Maschine eigentlich? Ganz einfach. Selbstabfüllung. Hat mein Papa gemacht. Nee, nee, ich meine der... Also, was mich interessiert, ist der Teil, wo die alten Flaschen eingeschmolzen werden und die neuen Flaschen herauskommen hinten. Ja. Ja. Ist super einfach. Du hast hier diese grüne Box, ne? Ja. Da ist der gelbe Hebel, den klappst du auf. Den Hebel klappe ich, ah, so nach oben. Genau. Und dann kommt alles da rein, was du... Also, Glasbruch, schnick, schnack, schnuck, 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 schnuck. Ach so, das ist eine Klappe. Ach ja, jetzt verstehe ich. Nicht einen Hebel, eine Klappe meinst du, mit dem Hebel dran, ja. Den Hebel, damit die Klappe aufgeht. Und da kommt rein... Alles. Alles. Das Altglas. Alles. Altglas. Also, alles. Ah, über alles. Die ist ja auch... Also, da könnte man jetzt auch... Wenn auch so den Schraubenschlüssel reinfällt, dann wird der einfach mitgeschmolzen. Alles. Ja, klar, klar. Alles. Das verdünnt sich dann... Also, der Schraubenschlüssel wäre ja nicht schlimm, weil der würde sich ja so verdünnen in dem Glas. Und dann wäre so ein Prozent Metall in allen Glasflaschen. Ich habe dann nie zu übernachgedacht. Ich vermute, der verdampft. Also, so... Heinz, das ist doch Abitur. Das müsste doch verdampfen, oder nicht? Ja, ich denke schon, ja. Ja, aber... Ja, siehste verdampft. Ja. Das wusste ich gar nicht. Bei Temperaturen, wo Glas schmilzt, verdampft... Dampft Metall. Metall. Ja, ja, ja. Verrückt. Ja. Ja, dann... Und wo kommt der Dampf dann raus? Hier. Wie hier? Durch den Kamin hier. Der Kamin? Ja. Okay. Und das kommt dann oben außen, was wir von draußen immer sehen, der Schornstein? Da kommt es raus? Ja. Ja, ist doch super. Und dann... Ich wusste gar nicht, dass du so detailverliebt bist. Ich dachte immer, du würdest einfach nur Bäume umhauen. Also, ich würde sagen, das ist ein wasserdichtes Verfahren. Das ist super, ja. Das ist... Ja, das bietet sich an bei Glas. Perfekt. Weißt du was, Stefan? Lass uns doch einfach hier die Sonderabfüllung machen. Genau. Ich geh mal hoch und hol die Extraflaschen. Ja. Mit dem schwarzen Etikett. Okay, komm. Äxte, Äxte, Äxte. Ja. Ja, sofort. Passt, nein, auch. Was Stefan vergessen hatte zu erwähnen war, dass natürlich die Flaschen von ihren Deckeln, also von dem Metall bereits getrennt werden und das Metall eingeschmolzen werden musste, um auch neue Deckel herzustellen. Und so geschah es, dass Frankas Axt auf die Schablone fiel, die normalerweise den Löwenkopf zierte und die gesamte Sonderabfüllung trug ihren Namen auf dem Deckel mit einem kleinen Axtabdruck anstelle des Löwenkopfes. Hä? Moment. Halt, halt, stopp. Franka? Jetzt habe ich Franka geküsst? Ich habe Franka... Nein. Alle? Alle? Wieso? Hallo Stefan. Hey, Thorsten. Schau doch mal. Ich wusste, küsst du da gerade Flaschen? Natürlich. Es bringt Glück. Ja, was glaubst du denn? Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Man muss den Löwenkopf verküssen. Zum Glück küsst? Ja? Das ist... Aber schau doch mal. Das ist echt verrückt. Schau doch mal. Ja, was denn? Das ist kein Löwenkopf. Wieso kein Löwenkopf? Ihr habt doch immer... Also Löwenkopf. Also wenn ich es richtig lesen kann, steht da Franka mit... Und dann ist da so ein Symbol. Das sieht aus wie eine Axt. Was? Ja, da. Zeig mal her. Ich habe gerade schon die ersten fünf Kisten kontrolliert. Das ist überall. Die ganze Sonderabfüllung ist so... Ja, Stefan, Stefan. Das soll ja eigentlich eine Überraschung für dich sein. Überraschung? Also ich habe mir leulich einfach Gedanken gemacht, weil... Die Schlanzmacher, die machen doch so Marketing und Kampagnen. Da habe ich gedacht, hey, wir brauchen auch Marketing. Und unser Wasser ist ja einfach hier immer unser Riebesbacher Wasser. Und ich habe mir gedacht, warum nimmt man da jetzt nicht mal so eine Ikone in der Holzfäller-Szene wie die Franka und macht da einfach aus unserem 0815-Feld- und Wiesenwasser machen wir einfach das Holzfäller-Wasser. Das Holzfäller-Wasser für alle Holzfäller in Deutschland. Dann Holzfäller, trinken Holzfäller-Wasser. Boah, da wäre ich nie drauf gekommen. Gut, dass du Abitur hast. Marketing. Das kam mir so letzte Nacht. Boah, das klingt wie eine super Idee. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Thorsten, du doch auch. Ist Franka denn damit einverstanden? Ach, die ist voll mit im Boden. Die liebt die Idee. Die liebt die Idee. Die war aus einem Häuschen, das glaubst du gar nicht. Das ist verrückt. Die wollte ja schon immer mal so in den Medien sein. Groß rauskommen. Boah. Kurz darauf. Franka und Thorsten. Bitte lieb die Idee. Bitte. Ich hab dich nie umgefallen gebeten, aber du musst diese Idee einfach lieben, weil... Also... Du weißt doch, ich find's echt ätzend, so im Mittelpunkt... Dann soll mein Name deutschlandweit... an die Holzwelle... an die Holzwelle... Ich weiß nicht, Thorsten, das ist irgendwie ein bisschen... Also ich sag's jetzt mal, ähm... Undiplomatisch... Undiplomatisch. Also eigentlich hast du keine Wahl. Dein Name steht auf allen Flachen. Schon. Und wie sollen wir das... Wie stellst du dir das denn vor? Es steht eine große... Große Beerdigung an. Das kommt in... In Rabelding... Einem Volksfestgleich. Und alle werden das Wasser trinken. Und dein Name steht da drauf. Aber wenn es die Leute... Und dein... Blei... Ist in... Deine Angst ist... Wie kann man das irgendwie mal klären? Anders als... Aber warum... Warum stehe ich da drauf? Warum... Ich weiß es doch auch nicht. Es ist einfach so. Es muss irgendwas zu tun haben mit... Was wir... Was wir in dem... Worüber wir nicht reden. Was wir in dem... Ey, aber warte mal. Ist doch auch egal. Der Punkt ist... Du, die... 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 Die Schlonsbacher wollten mich doch haben als... Äh... Wie haben? Ja, die Schlonsbacher wollen alles haben, was wir haben. Aber was... Was meinst du mit... Dich haben? Ah ja, das hatte ich vergessen. Was denn? Du... Franka? Also die hat mich angerufen. Ja. Von Schlonsbach. Und du warst der Oberholzfeindermeister und so. Äh... Dich ruft der Oberholzfeindermeister von der... Weil... Die halt gesagt haben, sie brauchen eine Frau und... Sie brauchen eine Frau. Werbung. So... Wir in Schlonsbach, wir ermöglichen auch Frauen... Die... Natürlich bin ich da nicht rübergehoppelt. Ich bin nur mit... Aber das, worüber wir nicht reden. Aber... Aber... Warum machen wir nicht einfach das, was die Schlonsbacher vorhatten? Was? Ja, Werbung. Ja, Holzfäller. Wasser. War das, was du gerade schon erzählt hast, ne? Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn mein Name da drauf steht. Ja. Oder? Ja. Ja. Und schon bald sollten... Aus den Radios der Region... Ein bald sehr, sehr bekannter Werbespot dringen. Ein Werbespot, der... Ins Ohr geht und den bald alle kennen. Und alle haben auch im Anschluss... Das Wasser gekauft. Natürlich. Nochmals gepusht durch den ominösen Mord... Am Oberbürgermeister des Nachbardorfes... Der nie ganz geklärt wurde. Zum Glück unserer drei Freunde. Aber ein was dürfen wir euch natürlich nicht vorenhalten. Den Werbespot. Kennen Sie das Gefühl? Sie kommen vom Holzhacken nach Hause... Und fühlen sich so richtig fertig. Holzhacker Horsch. Trinken Sie... Trinken Sie... Holzhacker... Wasser... Holzhacker Horsch... Das Wasser für Holzfäller... Die End. Besser wird es nicht mehr. Franka... Hat dich das wirklich gereizt mit der Plakat-Kampagne? Oder war es wirklich nur das Geld, weshalb du überlegt hast? Ja, nur das Geld. Habe ich dir nicht genug gezahlt? Oder was ist es anscheinend? Ich will nur sagen, dass es halt Zeit gewesen wäre für eine Gehaltserhöhung nach dem Zweifel. Aber wir waren... One Mind. Ja, voll. Aber davon kann ich halt kein Essen kaufen. Was habt ihr eigentlich mit dem ganzen Geld gemacht, das wir jetzt verdient haben damit? Weiß ich nicht. Was macht man mit Geld? Was macht man eigentlich mit Geld? Hier, für dich. Du erkennst es vielleicht an der Form, obwohl es eingepackt ist. Es ist mein Lieblingssandwich. Genau. Ja. Heinz, was willst du mit ganz viel Geld machen? Frag mich, was ich damit gemacht habe. Oh. 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 Heinz, was hast du mit ganz viel Geld gemacht? Wie sieht dann eigentlich die Kampagne aus für das neue naturtrübe Holzfäller-Mineralwasser? Wir wissen, wie schlunz geht. Mit Salami und Schinken. Das ist großartig. Ja. Na, schmeckt's? Ist einfach das Beste. Ja. Du weißt halt... Ja. Du weißt halt... So, damit fällt man halt eine Eiche. Ich weiß auch, dass Asien giftig ist in einem Sandwich. Geldgeile Schla... Äh, für den extra Schlonz bei jedem Schluck fände ich ja auch gut. War die, also war die schon mal in Schlonzbach? Äh ja, als wir... Ich war noch nie in Schlonzbach. Ach so, ja, ja. Ich weiß nicht, also... Besonders nicht an dem Abend, wenn wir Stefan verbracht haben. Das stimmt. Ich bin als Siebenjähriger in den Schlonzbach gefallen. Wie bitte? Du kannst den Mann aus dem Schlonzbach ziehen. Aber du kannst nicht den Schlonz aus dem Mann ziehen. Ich bin als Sieben.